hallo und herzlich willkommen zurück zu der sims 4 und hier wird gerade eine kleine stinkige eklige windel gewechselt die dann einfach mal prompt irgendwo hier in den raum geschmissen wird schön so jetzt haben natürlich wieder umgekehrte steuerung von planet coaster ist natürlich richtig geil jetzt irgendwann komme ich gar nicht mehr klar auf mein leben hier ja jetzt ihr merkt schon ist schon wieder ein bisschen schon ein bisschen verrückt so ich gucke mal eben was hier alle machen wir waren in der letzten folge mit mary bei der arbeit und mary ist noch im arbeitsdress wir sind jetzt aber wieder zu hause und ihr geht es auch soweit ganz gut mia müsste auf jeden fall ein auto was machen die denn hier draußen die beiden süßen was geht hier vor mir müsste auf jeden fall mal rein sonst verbrennt die mir gleich wieder so gehen wir hier rein und wir müssen unbedingt weiter lesen warum hakelt das denn so jetzt geht es wieder glaube ich wo ist das buch wo ist das buch welches level sind wir denn jetzt wir sind immer noch ne ja wir wollen obervampirin werden freunde wir brauchen wir brauchen das geld wir brauchen auf jeden fall die punkte aber wo ist das buch jetzt schon wieder sie hat schon wieder nicht in ihrem inventar hat dass wir hier irgendwo liegen lassen sie kann doch nicht so eine vampir enzyklopädie einfach liegen lassen scheint auf jeden fall so als ob sie nicht mehr wer ich bestelle mal eben neues vampir geheimnis vampir bücher kaufen band drei kaufen ist eben noch mal wir haben es ja jetzt müsste es ja da sein moment ich guck mal gerade da ist es sehr gut lesen les das mal lieber bitte das wäre sehr schön wenn du das machen könntest liebe mir wenn du das mal durchlesen würdest und dann auch mal deine punkte hier sammeln würdest und dann hatte ich eigentlich vor heute unsere süße kleine maus altern zu lassen unsere süße kleine sarah die ist ja jetzt auch schon lange genug ein kleinkind und dazu wollte ich mal eben einen geburtstag kuchen backen das kann man eben mary machen weil die am besten backen kann moment jetzt mal gucken welche torte nehmen wir den erdbeerkuchen oder ich hoffe das funktioniert jetzt mal wieder mit dem kuchen was hat er in den letzten folgen weniger gut funktioniert außerdem entschuldigt meine stimme ich bin gerade erst wach außerdem hat er mir wieder in die kommentare geschrieben und mich hatte jemand gefragt und zwar die skill player in hd mimi könntest du jede gehörtswg folge einen top kommentar vorlesen war nur so eine idee ja natürlich können wir das wieder machen das ist eigentlich eine gute idee weil top kommentar ist es ja dann nicht umsonst geworden jetzt habt ihr gerade keinen ton hier glaube ich doch jetzt wieder und der absolute top kommentar war von zockers group und der oder die hat geschrieben bitte fahr mal in den urlaub und im urlaub kannst du dann mason beißen ja das ist auch eine schöne idee das kann auf jeden fall auch mal machen allerdings müssen wir erst mit mir noch ein bisschen die vampire skill fähigkeiten aufbauen du und du müssen im youtuber dorf zusammenkommen das hat auch 55 gefällt mir angaben hat jetzt nichts mit girls wg zu tun und dann habe ich noch ich habe dich lieb mach weiter so tolle videos wann kommt wieder 100 baby challenge ja zu der 100 baby challenge da unten steht noch was super zockerin hat geschrieben das erste kommentar jetzt eben war übrigens von zehn jahr b und jetzt von der super zockerin ich habe ein paar ideen erstens öfter vampire training zweitens schwimmen gehen drittens bohlen gehen viertens öfter ins restaurant ich hoffe du kannst ein paar wünsche erfüllen ich kann mit sicherheit ein paar wünsche erfüllen vampire resistenten cocktail entdeckt den hatten wir doch schon oder aber sie lernt noch wenn sie liest also das kann auf jeden fall nur noch gut sein deswegen machen wir das auch mal weiter und du machst hier mal schön deinen kuchen hast ein kuchen schon fertig hallo wo hat sie den kuchen hingestellt da ist auf jeden fall nicht drin hat sie nicht hier eingetan öffnen da ist er doch sehr gut weitermann stellen wir mal hier hin dann machen wir mal da geburtstagskerzen hinzufügen mir hat sich alle informationen dieses buchen dieses buches angeeignet wenn sie ihre forschung fortsetzen möchte sollte sie am computer in der familie geheimnisse die ulti der ultimative vampir bestellen das machen wir jetzt auch mal direkt jetzt oder nie so warte vampir geheimnisse vampir bücher kaufen der ultimative vampir tausend dollar oder simoleons das nehmen wir jetzt auf jeden fall mal und dann kann sie das nämlich auch direkt anfangen zu lesen und ich will jetzt mal endlich da weiter kommen wir haben noch nichts erreicht im vampir business ist ein bisschen traurig so mary du kannst mal bitte sim alter lassen die auf jeden fall nicht helfen beim kerzen ausblasen sarah so wohl immer die sarah und dann macht das mal bitte ich bin mal gespannt ob das jetzt funktioniert hier oder ob das immer noch kaputt ist das weiß ich mich nicht so genau irgendwie funktioniert das ja in den letzten folgen nicht so wirklich und da mussten wir über den cars altern lassen und ich habe gelesen dass das nicht nur ich habe das haben viele andere von euch auch und das natürlich scheiße das scheint irgendwie ein bug zu sein der mit irgendeinem update kam und jetzt macht sie auch schon wieder nicht wirklich irgendwas die geschichte des ultimativen vampires dieses kapitel widmet sich detailliert vampiren die im sonnenlicht umher spazieren der sonnenwende cocktail verleiht vorübergehende immunität gegen sonnenlicht vampire die sonnenresistenztraining halten es sogar noch länger in der sonne aus okay ich glaube da können wir auch ein paar wertvolle tipps uns noch aneignen die muss man aufstehen jetzt hier so warte mal jetzt holt sie die hochheben jetzt bin ich mal gespannt ob das jetzt wieder funktioniert oder ob das jetzt einfach wieder gar nicht geht es ist manchmal echt so scheiße ich verstehe gar nicht warum das nicht funktioniert manchmal so trank der neuordnung entdeckt mir hat erfahren dass es ein getränk gibt mit dem vampire alle ihre kräfte zurücksetzen können sie kann jetzt an der bar den trank der neuordnung zubereiten ok les mal weiter les mal weiter ich wollte mal eben hier wollte gucken ja wir kommen glaube ich immer näher dran entwickel eine schwäche wir müssen eine schwäche nehmen oder jetzt wollte ich mal eben was gucken okay wir müssen eine schwäche nehmen von schuldgefühl gepackt schuldgefühl beim trinken unerlaubnis von mir zu viel mitgefühl mit ihrer beute hat ist sie ist sie gestresst wenn sie von unwilligen sims trinkt ja das können wir ja nehmen eigentlich kann ich die schwäche einfach auswählen ach ich habe gar keine kann ich gar nicht aber ich habe zwei kraft punkte die könnte ich wieder einsetzen und irgendwo hier gibt es auch diesen trank im lesen kind des mondes wollte schnell bewegt gedämpfte gefühle gefühle beeinflussen nebel gestalt absätze her durststiller den brauchen wir widerspricht mit und unstillbarer durst den brauchen wir alter das dauert ja noch voll lange bis wir den haben scherz oder seine unverschämtheit als ob du schon fertig bist schon wieder les mir hat erfahren dass ein getränk gibt ja das haben wir gerade les mary les du musst lesen auch wenn es schwer fällt aber du musst jetzt dadurch weil wir wollen jetzt gerne dass du die oberkrasse übelste vampirin wirst so jetzt bin ich mal gespannt ob das jetzt wieder funktioniert ja es funktioniert wieder was war das denn was war das denn hab nur ich das gehört oh mein gott oh mein gott oh mein gott sarah ist älter geworden bestrebe und merkmale willen und merkmale zu ersetzen heikel okay sarah mit ihren kleinkind fähigkeiten ein bonusmerkmal verdient die bonusmerkmale von sarah findest du in der semiologie kindheit unendliche kreativität regelverstöße und wutanfälle warten möge das spiel beginnen sozial 2 kreativ 1 motorik 2 mental 2 okay also nehmen wir erst mal hier so ein warte mal kann ich immer zurück was hat sie denn gut sozial hat sie zwei motorik hat sie zwei mental hat sie zwei machen wir mal sozial oder liebling der massen das finde ich irgendwie schön und wir nehmen als zweites merkmal oh man das ist immer so schwierig sollen wir sie auch als vielfraß machen wie ihre mutter kommen wir machen sie auch als vielfraß wie ihre mutter ah sie süß sarah mein gott wie niedlich jetzt brauchen wir für sie auch ein neues bett ne fällt mir gerade mal ein moment da müssen wir das mal eben hier umbauen so moment 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 runter 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 das verkaufen wir mal und dann gucken wir mal was hier noch so für betten gibt für die gute sarah wir nehmen natürlich ein schönes das doch hier ganz kuschelig gibt es ein rosa oder sowas hier so so ist doch süß moment so sehr schön dann haben wir das nämlich auch dann hat sie jetzt auch ein bettchen wo sie drin schlafen kann da kann sie sich jetzt auch von mir aus direkt reinlegen nee warte mal bevor wir sie jetzt da reinlegen würde ich vielleicht gerne mal eben noch ihr outfit ändern machen wir mal kurz noch outfit plan aber sie ist süß sie ist sehr süß jetzt haben wir wieder zwei kleinen kinder wo zwei kinder vorher hatten wir zwei kleinen kinder zwar auf jeden fall weniger stress weil die kleinen kinder sind halt schon sehr stressig muss man eben gerade einen schluck trinken moment ich habe mir nämlich hier so ein kaffee gemacht und wenn er kalt wird schmeckt ja auch nicht mehr ne jetzt gucken wir mal gerade für frisuren ach guck mal wie süß von wann ist das denn ach von familiendings ist ja ist die frisur die ist ja voll niedlich sollen wir die nehmen die finde ich habe völlig putzig die finde ich auch süß mit dem nüppel da oben es gibt sonst noch so ja sonst hatten wir diese standen frisuren hatten wir alle schon ne ich würde sagen wir nehmen die einfach mal weil die so süß ist sie kann ja ruhig so rasterzöpfchen mal haben macht ja nichts warte mal wir müssen mal bei tages outfit gehen und dann müssen wir die auch mal machen weil sonst hat die hier nachher wieder nicht überall wo sind die denn jetzt da genau und dann ziehen wir ihr mal eben was vernünftiges an ich schau mal eben gerade was da so gibt mittlerweile haben wir da ja auch sehr viel auswahl das ist irgendwie cool hier die jacke finde ich sehr cool aber ich finde auch hier diesen pulli sehr cool wohl eher aussieht wie so ein jungspulli oder nö es geht eigentlich so ein ähnlichen habe ich tatsächlich auch warte mal wir nehmen einfach mal den wir können ja noch ein anderes outfit wählen mal eben gucken welche hose die passt eigentlich ganz gut jetzt dazu so und schiechen machen wir dann einfach ganz schlicht so das finde ich irgendwie ganz süß aber wir nehmen doch ein zweites ein richtig mädchenhaftes auch das ist ein süßes kleid oder hier ein pädobär kostüm auch schön ja aber ich glaube wir nehmen hier das das finde ich nämlich irgendwie niedlich das passt auch zu ihren haarspangen ja das ist gut das nehmen wir so sehr schön dann haben wir zwei outfits dafür das kannst du eigentlich anlassen das finde ich ganz schön sportkleidung müssen wir mal irgendwie was anderes nehmen warte mal dann nehmen wir mal das und dann nehmen wir dazu die jacke auch auch so in pink das sieht doch cool aus schuhe müssen nur anders sein nehmen wir einfach auch pinke alter wenn die sport machen geht die sieht man auf jeden fall schlafanzug würde ich jetzt sowas hier nehmen einfach so was ganz schlichtes einfaches irgendwie so und einfach so schlafen geht das finde ich irgendwie süß party dress ist immer ein bisschen schwieriger finde ich das auch sehr niedlich das passt irgendwie zu ihr nehmen wir mal das und schüchen ziehen wir diese hier an in blau finde ich auch sehr süß und schwimmen müssen wir eigentlich schwimmen nehmen wir einfach tankini hier so ein lassen wir auch den blauen weil das auch gut zu ihren haarspangen äh haarspangen passt sehr gut wir können auch mal öfter wir müssen mal öfter schwimmen gehen ne wissen wir wirklich mal wir gehen nie schwimmen weißt wir haben einen mega pool aber gehen nie schwimmen wir bräuchten noch so eine wasserrutsche oder sowas ich meine wir haben ja eine wasserrutsche aber so eine richtige wasserrutsche weißt du die wo man so draufgläten muss und wo die dann so runterrutschen das wäre noch cooler ich weiß ja nicht wie ihr das seht ich hoffe ja immer noch dass die haustiere bald gibt dass das nicht nur ein scherz war das wäre auf jeden fall ganz wunderbar also wenn es haustiere gibt freundern rast dich aus heute kommt übrigens eine hammerkrasse folge live ist strange sollt ihr unbedingt einschalten wir spielen die neue episode episode 4 und die ist einfach nur crank ich glaube die wird richtig hart für uns und schlimm weil die die fängt schon schlimm an finde ich so dann nehmen wir uns mal ein stückchen kuchen ein stück nehmen hauptsache ein uhr nachts weil es ja alle ne du nimmst jetzt kein stückchen mehr du gehst ins bett genug geburtstag gefeiert so du gehst ins bett und du gehst auch mal ins bett mein junger freund er ist auch noch wach alter jesus mir hat den ultimativen vampire geheimnis mir hat das ultimative vampire geheimnis entschlüsselt die heilung vom vampirismus sie kann jetzt die ultimative vampire den ultimativen vampire heiltrank an der bar zubereiten es gibt jetzt nichts mehr was mir noch über vampire lernen könnte ok das ist einfach nur krass und wir haben es immer noch nicht geschafft scheiße man los mia es hört nicht auf setz dich an pc üb lern les die geschichte des ultimativen vampires hier steht dass die meisten vampire kein haus betreten können ohne zuvor eingeladen worden zu sein mir sollte diese willkommen fußmatte vielleicht noch überdenken nochmal überdenken wir haben keine willkommen fußmatte hier ist keiner willkommen so ähm weißt du was wir kaufen uns mal hier diese ganzen samen dann nehmen wir mal zwei von und dann nehmen wir noch mehr warte wir nehmen plasma früchte nehmen wir auch zwei von ich will das nämlich alles haben ohne plasma wollte wollte ich jetzt nicht bestellen moment ähm und eisenhutsamen die nehmen wir auch zwei mal sau teuer diese samen aber gut ich hoffe die lohnen sich wenigstens die können wir sollen wir direkt hier vorne hin pflanzen oder sollen wir die lieber hier hinten so heimlich hin pflanzen hier haben wir auch noch einen pflanzenkorb ich glaube wir pflanzen lieber hier hinten so hin oder den pflanzenkorb würde ich jetzt vielleicht auch nicht rein pflanzen da können wir vielleicht ganz normale aber ähm aber ähm so hier finde ich das vielleicht nicht schlecht warte mal samenpaket öffnen samenpaket öffnen öffnen öffne die mal was ist das jetzt kirsche eisenhut das würde ich da gerne machen wir einfach mal drei mal ähm moment jetzt bin ich mal eben gucken wir haben auf jeden fall noch mehr plasma früchte waren das noch und was war das noch samenpaket öffnen was das denn auch die sehen aber schön aus guck mal stellen wir mal hier hin und hier hin und wir hatten noch irgendwelche da die hat man noch genau was auch immer das war stopp das war mein wecker hier freunde hat sie jetzt den samenpaket geöffnet den samenpaket was das denn hier sichsam moskito fallen samen alter was alles für komische samen hier gibt hörmer das war es glaube ich ne mehr hatten wir nicht was ist das hier plasma brucht okay die hatten wir schon gut dann mir kommst du mal bitte und kannst du die mal bitte hier als flieder muss hier hin fliegen kommen bitte hier hin gerade komm bitte her geflogen so und dann kannst du mal das ist irgendwie so cool oder dass sie das einfach kann dann kannst du das mal alles hier einpflanzen bitte und da müssen wir uns auch wirklich drum kümmern dass das hier auch alles wächst und gedeiht da kann sich auch die dingens mal drum kümmern pflanzen pflanzen die mary kann sich da auch mit drum kümmern weil die ist ja so ähm affin für sowas so was haben wir hier eine kirsche die können wir hier einfach mal einpflanzen hier haben wir nämlich noch gar nichts drin in den dingern machen wir hier nochmal ein bisschen basilikum was haben wir sonst noch so was wir noch einpflanzen könnten was das brombeeren finde ich schön haben wir sonst noch was hier diesen holunder oder was auch immer sein mag können wir auch mal einpflanzen sowas haben wir ja auch gar nicht haben wir sonst noch irgendwas cooles das gefühl scrolle immer zehnmal dasselbe hier ja nicht wirklich ne was ist denn hier plutonium was ist denn plutonium was können wir denn da mitmachen was ist das phozonit aha das sind wahrscheinlich sachen die wir irgendwo gefunden haben und dann pflanzen wir einfach noch die margariten ein ist mir jetzt auch egal ähm pflanzen machst du jetzt genau achso du bist jetzt noch dran sehr schön sehr schön mir dass du so fleißig bist finde ich ganz klasse von dir klasse deinerseits so ich glaube die kinder sind alle im bett oder ne gar eins von den kindern ist im bett was ist denn los mit euch kinder ihr sollt ins bett iiii die haben monster unter ihrem bett iiii guck mal iiii was jill macht eine phase durch die hat eine gemeine phase eingeläutet und ist fies zu anderen sims jill bist du etwa in der pubertät was will sie denn jetzt liebevoll umarmen was will sie in eine phase eintreten was will ich jetzt sehen wo tritt sie jetzt einfach den küchenschrank ein ganz ruhig ganz ruhig brauner so jetzt muss ich mal eben gucken wie es bei ihr aussieht schlafen mäßig ja sie müsste eigentlich noch eine runde schlafen aber gut so du gehst jetzt auf jeden fall mal ins bett aber die können natürlich nicht schlafen wenn ihr unter beiden dingern so ein monster ist das ist ja voll gruselig das ist ja voll gruselig da würde ich auch nicht schlafen guck wie er vor seinem bett steht so richtig so was mache ich denn jetzt mein leber hat keinen sinn ja machst du nix machst du einfach nix macy bassy kommst du jetzt oder was machst du da jetzt macy bassy ist auf dem weg der muss mal piepchen deswegen ist er so langsam so du kleine maus was willst du denn machen plaudern ich glaube ich würde jetzt nicht mit ihr plaudern sie ist gerade in so eine phase wo sie gerne auch mal sachen eintritt hallo bitte ruhig bleiben ach guck mal aber die beiden haben sich trotzdem lieb so ist das richtig oder so witz über enten erzählen das machen wir jetzt mal wir erzählen hier noch einen super lustigen witz über enten ja Freunde dann haben wir ja viel in dieser Folge geschafft würde ich sagen ich weiß nicht wohin die Kinder jetzt gerade wieder rennen was steht da Angst vor Monstern weil Monster unter dem Bett gesehen hat was ist das für ein unheimliches Geräusch ist da etwas unter dem Bett ich schwöre dir würde ich sowas in meinem Bett sehen oder unter meinem Bett ich würde nie wieder in diesem Haus schlafen ich würde ausziehen sofort was will sie denn jetzt aufwecken ach guck mal die beiden die beiden rennen direkt zu Mary so da ist ein Monster unter meinem Bett ich weiß gar nicht warum Mary hier auf der Couch pennt kannst du nicht da hinten in ihrem Bett schlafen so warte mal wir schicken die da mal hin irgendwie ist hier alles veralt und verkehrt ne eigentlich wollten wir ja mal wieder einen normalen Alltag hier reinbringen kriegen wir irgendwie gerade nicht so richtig hin es ist aber Samstag wir können das noch kitten Moment du gehst mal eben jetzt hier auf Klo weil du dringend pipi musst und dann kannst du gleich mal unten noch was essen aber das machen wir in der nächsten Folge liebe Freunde ich hoffe natürlich euch hat die Folge von der Götze Gamer wieder gefallen wir haben heute ein paar Sachen erreicht wir haben zumindest dieses Vampirbuch durchgelesen und ein paar Pflanzen eingepflanzt wir haben Sarah altern lassen und Jill ist in eine Pubertäts ähnliche Phase geraten aber das werden wir alles noch hinbekommen und ja lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst haut rein tschüssi 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 Vielen Dank.